Farbenfreitag Teil 3. Schön, dass du wieder dabei bist. Während es sich noch so sehr nach Sommer anfühlt, hier in Berlin zumindest, ist es die letzten Tage richtig hochsommerlich warm, sieht es hier und da aber schon nach Herbst aus und ich habe mich von den Septemberfarben um mich herum einfach mal ein bisschen inspirieren lassen. Heute möchte ich mit dir nämlich eine Farbpalette abgestimmt auf die Farben des Septembers erstellen. Und ja, damit willkommen zurück zum dritten Teil eben vom Farbenfreitag. Bevor es losgeht, abonnier doch direkt gleich mal meinen Kanal, denn im nächsten Video setzen wir etwas von den floralen Aquarellmotiven um, die ich ja gerade hier schon mal eingeblendet habe und das dann natürlich auch mit den Farben, die wir heute gemeinsam entwickeln. Für heute reduziere ich meine Ausgangsfarben auf die drei Grundfarben Gelb, Rot und Blau in den jeweils warmen Nuancen. Und dann habe ich als neutralen Ton noch einmal Pains Grey bläulich. Schau gerne nochmal in den ersten Teil der Serie, falls du das mit den warmen Farben nochmal ein bisschen für dich auffrischen möchtest. Im besten Fall hast du ja bereits deine eigene Farbpalette mit mir mit dem ersten und zweiten Teil zusammen erstellt. Falls du mit den Farben arbeiten möchtest, die ich benutze, dann sind das in diesem Fall jetzt hier ein Cadmiumfreies Gelb, dann Canogrid and Red und Ultramarin bzw. französisch Ultramarin. Und wie gerade schon erwähnt, bei Bedarf kannst du auch mit einem neutralen Ton wie Pains Grey zum Beispiel noch ein bisschen abmischen. Ich bin ja bei meinen Farbenmischungen gerne mal so ein bisschen Freestyle unterwegs, aber im zweiten Teil des Videos habe ich auch noch eine Version für dich, wie du die Farben so ein bisschen mehr in Anführungsstrichen nach Rezept mischen kannst. Hier habe ich mir jetzt erstmal meine Ausgangsfarben auf meinem Aquarellpapier angelegt und fange jetzt an, die unterschiedlichen Mischungen zu erstellen. Der September hat ja viele unterschiedliche Farben für uns bereit, unter anderem sehr warme Grüntöne, die so ein bisschen ins Lindgrün gehen oder auch ins Oliv. Und teilweise haben die Blätter auch schon eine Färbung, die leicht ins Rötliche geht. Für mein erstes Experiment starte ich hier mit meinem Gelb, gebe dann eine Spur von dem Rot dazu und kombiniere das Ganze dann noch mit meinem Ultramarin. Damit habe ich jetzt hier schon eine wunderschöne Farbpalette erstellt, die ich zum Ende hin hier jetzt auch nochmal mit einem Rot wieder auffüllen kann, sodass sich wunderschöne Rosé-Rosttöne ergeben. Wenn ich den Fokus also auf Gelb und Rot lege, dann bin ich so in einer Skala von, ich sag mal, Orange-Rot bis hin zu Braun. Wenn ich den Fokus mehr auf Gelb und Blau lege, dann komme ich, wie du es vielleicht auch schon weißt, eben in schöne Grünnuancen und auch hier kann man gern eine kleine Spur Rot dazu geben und ein Grün damit leicht gedeckter, leicht oliviger wirken lassen. Wenn ich mein Augenmerk auf Rot und Blau richte, dann komme ich in schöne Violett-Auvergintöne und auch die kann ich natürlich wieder variieren, indem ich etwas Gelb mit dazu gebe und komme dann auch wieder in so eine schöne Gold-Rot- bzw. Braun-Richtung. Hier möchte ich dir jetzt mal zeigen, was für schöne Farbmischungen entstehen können, wenn wir die Farben auf dem Papier mischen. Auch jetzt starte ich wieder mit meinem Gelbton. Ich gebe hier großzügig Farbe aufs Papier, die auch relativ nass ist, sodass ich gut mit den zweiten Farben dann reingehen kann. Im ersten Fall gebe ich hier ein bisschen Blau dazu, dass ich wieder ins Grün komme und diese Mischung, die entsteht, die trage ich mir jetzt hier neben auf meinem Papier auf, damit ich jetzt die Farben im Gegensatz zu unserem ersten Experiment hier mal solitär, also alleinstehend, umgeben vom Papierweiß sehen kann. Und wenn ich weiter Blau dazu nehme, verändert sich natürlich der Grünton. Du kannst deine Farbpalette jetzt hier natürlich erweitern, wie du magst. Und natürlich kann es sein, dass deine Farbtöne, die du dir mischst, bei dir etwas anders aussehen, selbst wenn du die gleichen Farben verwendest, da wir hier nicht so richtig streng nach Rezept vorgehen, sondern eben mehr so ein bisschen Freestyle. Aber wie gesagt, habe ich da auch gleich nochmal eine Variante für dich, wenn du es ein bisschen mehr übersichtlich haben möchtest. Ja, und die zweite Variation von Gelb, die lege ich jetzt hier mit dem Kinochriten Red an und komme dann wieder auch in schöne Orangetöne. Ja, solche Farbmischungen, die kann man hier stundenlang weiterführen und kann immer wieder neue Nuancen erzeugen. Das würde den Rahmen jetzt hier für dieses Video, aber ich denke mal ein bisschen sprengen. Deshalb experimentiere für dich gern hier noch wesentlich weiter, als ich es jetzt hier zeige. Das soll eigentlich jetzt hier auch nur mehr oder weniger eine schöne Inspiration für dich sein. Und ich hoffe natürlich, dass du dich inspiriert fühlst, deine eigene Septemberpalette mit eben deinen Aquarellfarben anzulegen. Ja, und auch wenn die Inspiration draußen im Park eher so ein bisschen grün-gelb-lastig war, habe ich hier beim Farbenmischen für mich gemerkt, dass ich persönlich mich gerade mehr zu diesen rostigen Rottönen und diesen gedeckten grün-violett-Tönen hingezogen fühle. Deshalb zeige ich dir jetzt mal an einem dritten Beispiel, wie man genau eben diese Farbtöne erzeugen kann. Hier gehen wir jetzt mal ein bisschen mehr nach Rezept vor und auch fürs erste Beispiel starte ich wieder mit meinem Gelb. Dort hinein gebe ich eine kleine Spur Rot und dann noch eine Spur Blau, etwas mehr als das Rot. Und jetzt möchte ich die Mischung mit dem Rot weiter verändern. Das heißt, ich gebe jetzt in diese erste Grundmischung immer mal wieder etwas mehr Rot, um zu schauen, was aus meinem ersten Ausgangston wird. Das gleiche mache ich auch mit dem Rot. Hier gebe ich eine kleine Spur Blau dazu. Die möchte ich dann in meinen Mischungen weiter gewichten und den Grundton mische ich noch mit etwas Gelb ab. Je mehr Blau jetzt hier in meine Mischung reinkommt, desto mehr geht dieser Rosé-Ton in ein Auvergine. Mach dir für deine Farbstudien gern auch so kleine, ich nenne es mal Notizen, dass du dir quasi die Anteile von den Farbmischungen auch optisch so ein bisschen symbolisierst. Du siehst ja hier, dass ich zum Beispiel bei dem Rot jetzt hier mir ein größeres Quadrat aufgemalt habe, dann ein kleines Rechteck für Blau und dann nochmal ein kleines Quadrat für Gelb. Das heißt für mich später, wenn ich zum Beispiel in einem halben Jahr mir die Farbmischung nochmal angucke, weiß ich, ich habe also den Löwenteil Rot benutzt, dann eine kleine Spur Blau und dann noch etwas, ja ich sag mal vielleicht das Doppelte an Gelb. So kannst du dir quasi deine eigenen Rezepte für deine Farbmischung erstellen. Ja und jetzt schauen wir uns nochmal an, wie das Ganze aussieht, wenn wir das mit Blau machen. Das ist jetzt hier meine Hauptfarbe. Ich gebe eine kleine Spur Gelb rein und in die Grundmischung kommt jetzt noch ein Teil Rot und jetzt möchte ich das Gelb in der Mischung verstärken. Und natürlich kann man diese Farbmischung jetzt auch nach Belieben weiterführen und zum Beispiel noch mehr Gelb jetzt in die Mischung reingeben und schauen, wohin sich die Farbe entwickelt. Mich würde aber mal interessieren, welcher dieser Farbtöne hat dich denn jetzt hier am meisten überrascht und welcher gefällt dir besonders am schönsten? Lass es mich gerne mal in den Kommentaren wissen und morgen poste ich hier auf YouTube mal einen Fotobeitrag und zeige dir mal meine Top 3 aus den Mischungen, die wir heute hier erstellt haben. Damit wünsche ich dir viel Spaß beim Farbmischen und freue mich, wenn du beim nächsten Video dabei bist, wo wir diese Farbkombination dann an einem floralen Motiv anwenden werden. Bunte Grüße bis dahin, deine Christine